Ich bin Quartiersmanager im Amt Bützoland. Eigentlich ist meine Hauptaufgabe die Vernetzung von jung bis alt. Hier in der Gemeinde leben ca. 250 ukrainische Flüchtlinge. Ein hauptsächliches Angebot hier im Sprachcafé ist die Unterstützung. Das Tolle im Sprachcafé für mich ist, dass ich hier lernen kann und dass mein Kind hier auch spielen kann. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Prämienziehung für das Megalos. Auch heute werden wieder viele Mitspielerinnen und Mitspieler für ihre Unterstützung des guten Zwecks mit einem Gewinn belohnt. 100.000 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 308 060. Und jeweils 1.500.000 Euro entfallen auf die Endziffern 7517 543. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und jetzt wünsche ich Freue Ostern. A meiner winkte A meiner winkte A meiner winkte A meiner winkte